Sonnenfinsternis über Europa Ein außergewöhnliches Himmelsspektakel spielte sich heute Vormittag über Europa ab. Von etwa 9.30 Uhr an schob sich in Deutschland der dunkle Neumond teilweise vor die Sonne. Hier Bilder aufgenommen aus Berlin-Lichtenberg. Ja, dann genießen wir noch ein wenig die Sonnenfinsternis 2015. Sonnenfinsternis über Europa Ein außergewöhnliches Himmelsspektakel spielte sich heute Vormittag über Europa ab. Von etwa 9.30 Uhr an schob sich in Deutschland der dunkle Neumond teilweise vor die Sonne. Hier Bilder aufgenommen aus Berlin-Lichtenberg. Ja, dann genießen wir noch ein wenig die Sonnenfinsternis 2015. Sonnenfinsternis über Europa Ein außergewöhnliches Himmelsspektakel spielte sich heute Vormittag über Europa ab. Von etwa 9.30 Uhr an schob sich in Deutschland der dunkle Neumond teilweise vor die Sonne. Hier Bilder aufgenommen aus Berlin-Lichtenberg. Ja, dann genießen wir noch ein wenig die Sonnenfinsternis 2015. Ja, dann genießen wir noch ein wenig die Sonnenfinsternis hin. Ja, dann genießen wir noch ein wenig die Sonnenfinsternis. Das heißt, das ist ihm auch ein wenig die Sonnenfinsternis. Ja, dann enden wir noch ein wenig die Sonnenfinsternis. Ja, dann machen wir noch Konten. Da sind ein wenig die Sonnenfinsternis. Tschüss. Ja, wir sind nicht die Sonnenfinsternis. Ja, alle können wir uns direkt auf wie ein großes candidat sind. Aber wirやってeln sich ja auch nicht die Sonnenfinsternis. Und das ist das so weit denken, sup pro acaba neutK-25 나왔 hat das hysterisch. Vielen Dank.